Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed, Leute. So, ich habe jetzt das gefunden hier mit den Quests, wo muss man einen Reiter hochschalten. Und dann ging das auch so. Den ersten haben wir jetzt in den vergessenen Sümpfen. Das ist dort hinten. Ich habe es schon mal markiert. Schauen wir mal, ob wir dort den finden südwestlich von den vergessenen Sümpfen. Mal schauen, ob ich es ungefähr richtig markiert habe. Hier ist ein nicht verfolgtes Ziel. Ah, das könnte schon der andere sein. Hier sind ein paar Unruhestifter. Ich sollte aufpassen, dass dem Schauspieler nichts passiert. Es ist furchtbar. Jetzt kann mir nur noch ein Leonidas aus dieser Klemme helfen. Spielst du den Dineckes und Tespes Stück? Sollte ich. Aber ich kann nicht. Ich habe alles beim Glücksspiel gegen einen Befehlshaber verloren. Er sagt, ich sei nun sein Sklave, bis die Schuld abbezahlt ist. Und das kann Jahre dauern. Also dann, lass uns die Schuld begleichen. Oh, ich danke dir. Der Befehlshaber ist gleich dort drüben. Hören wir den mal mitzeln, würde ich sagen. Na, willst du noch ein Spielchen wagen? Wie ich sehe, kommst du nicht allein. Nun, ich, also... Ich brauche meinen Freund. Er tritt in einem Stück auf. Also lass ihn gehen. Was für ein Stück? Leonidas und seine 300. Dieser Mann hier spielt Dineckes. Leonidas Befehlshaber. Ah, ein gutes Soldatenstück. Davon sollte es viel mehr geben. Aber sie sollten sie mit echten Soldaten besetzen. Nicht mit verweichlichten Schauspielern. Ich bin kein... Was soll's. Also, es verhält sich so. Dieser Malakas hier hat eine Schuld, die er abarbeiten wird. Willst du seinen Platz einnehmen? Entschuldige dich besser dafür, diesen Mann ausgebeutet und meine Zeit verschwendet zu haben. Du wagst es, so mit mir zu sprechen? Niemand wird so ein unverschämtes Mundwerk vermissen. Du wirst du siehst, was sollst du siehst. Hau! Ha! Oh, hey, move! Yeah! Ha! Oh, hey, move! Oh, hey! Oh! Ja! Ja! So, mein Junge. Du hast recht. Ein bisschen Blut sollte mich nicht verunsichern. Ich werde Leonidas Geschichte gerecht werden. Gut, dann geh zu Tespis und bereite dich auf das Stück vor. Okay, was schafft man denn bei der nächsten? Der müsste hier irgendwo sein. So, coole Quest. Mal ein bisschen was anderes und wir machen auf jeden Fall gut EP damit. So, hier müsst ihr eigentlich irgendwo rumkriegen. Okay. So, ich schau nochmal auf die Karte. Äh, so. Xerxes ist in der Region Elis. Er ist im südwestlichen Teil. Im südwestlichen Teil. Im südwestlichen Teil. Äh, hier muss der eigentlich irgendwo rum sein. Also hier irgendwo bei den Sümpfen. Vorher. Oh, ho, ho. Oh, ho. Darum kam der Schauspieler nicht zurück. Okay, Finn und rette den Schauspieler. Beide. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, ein schönes Schwert. Könnt ihr doch gleich mal gucken. Ich habe jetzt eh schon wieder so viel Zeug gekriegt. Ja, ein 36er Schwert ist schon nochmal eine andere Wucht. Okay. Hier könnten wir vielleicht einen Speer nehmen. So, was haben wir? Klamotten mäßig. Ja, ein Ding haben wir auch einen neuen. 36er. Das war's. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sehr schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dank Ihnen nicht zu früh. Verschwinden wir. Dann gehen wir hin. Okay. Ach, Dank. Ich glaube, das hätte ich nicht mehr lange überlebt. Warum haben dich diese Malakkes gefangen gehalten? Diese Irren glaubten, ich wäre der böse Wicht, den ich spiele. Ich sollte sie durch ein finsteres Ritual fühlen. Sie folterten mich, damit ich Zaubersprüche aufsage. Nichts war genug. Jetzt bist du sicher. Das bin ich. Aber die Hexe will sich an den Bürgern von Elis rächen. Sie hätten ihr Unrecht getan. Deshalb hat sie eine Schiffsladung mit Vorräten vergiftet. Dann muss ich die wohl vernichten, bevor sie eintreffen. Aber jetzt, da sie weiß, dass du hier bist, wird sie ihr Versteck verlassen und in die Wildnis fliehen. Niemand ist sicher, wenn sie entkommt. Ich lasse nicht zu, dass die Menschen vergiftet werden. Ich vernichte die Vorräte. Vernichte die Vorräte? Okay, ist eh nicht weit weg. Das ist ein cooles Gebiet. Das gefällt mir echt gut hier. Ein bisschen anders. Mal wieder andere Gebiete. Ein bisschen Sumpf und sowas. Gucken, wo die alte Sumpfhex ist hier. Okay. Ben. jetzt wird niemand durch diese vorräte vergiftet werden sprich mit dem schauspieler ich habe die vorräte vernichtet bevor sie in elis eintrafen sehr gut doch die hexe ist noch da draußen niemand ist sicher ich bin nicht sicher längst duxerxes war je in sicherheit leonie das und ganz sparta wollten seinen tod seine eigene mutter hätte ihn verraten es fehlt um sicherheit du hast recht der könig von persien hätte nicht gefläht er hätte seine feinde vernichtet bevor sie ihre pläne umsetzen konnten ich bin froh dass du es so siehst und jetzt geht zurück zu tespis das werde ich und danke es wird die bühne beherrschen es war mir ein vergnügen eure hoheit dann bin ich schon mal besser ja, ich mache mal besser bräuchte jetzt eigentlich nur noch einen da ist der hier Ok. Vergessene Simpfe. Wird ja hier unten sein, denke ich mir. Im Südosten oder hier so. Mal da hin. Die Quelle von Shira. Die Quelle von Shira. Die Quelle von Shira. Das scheint mir ein guter Ort zum Biefen zu sein. Okay. Los. Warte mal, wir werden erstmal das Zeug hier machen, bevor wir hier weitermachen. Die Quelle von Shira. Die Quelle von Shira. Das ist ja gar nichts mehr markiert, gell? Also. Da ist ein Eingang. Wow. Was ist denn da auf der Quest? Was ist denn los? Hallo. Willst du mehr über die Geheimnisse von Hedoni erfahren? Es ist wohl kein Geheimnis, wenn du jedem davon erzählst. Hedoni ist die Göttin des Vergnügens. Und weil wir alle Vergnügen suchen, sind wir alle Hedoni. Ich suche kein Vergnügen. Ich suche einen Schauspieler. Hier gibt es keine Schauspieler. Nur Lehrer und Schüler. Sein Name ist Tross. Er ist Schauspieler und arbeitet für Tespis. Ich erinnere mich, dass ich uns ein Schauspieler anschloss. Aber er heißt jetzt Hedoni. Wie ich. Wie jeder hier. Nein. Antworte mir einfach. Ich muss diesen Schauspieler finden. Verzeih, aber es ist nur mir gestattet, mit Fremden zu sprechen. Wenn du das Aufnahmeritual bestehst, sprechen auch die anderen mit dir. Schön. Dann nehmt mich doch auf. Was muss ich dafür tun? Wunderbar. Du musst zwei Aufgaben abschließen, um zu beweisen, dass es dir ernst ist. Klettere zuerst auf den Wasserfall der ewigen Freude und springe in den Schaum der Fantasie. Gut. Und was dann? Erkunde danach die Höhle der Selbsterkenntnis und kehre mit dem Schatz zurück, den du dann findest. Sprung vom Wasserfall, Höhlen-Schatz. Alles klar. Das tut wohl kein Problem sein für Papa. Nicht für Papa. So, springe vom Wasserfall. Das ist der Wasserfall. Von wo springe ich am besten? Ja, bei dem Baum da. Ja. So, da kommt in die Höhle. Das ist er da schon, oder? Da ist er auch, der Athen-Schlitz. Der Schlitzi. Ah, das muss die Höhle mit dem Schatz sein. Okay, hier ist viel Wasser. Okay. Hier ist viel Wasser. Das ist schön. DAS ist viel Wasser, der Wasserfall. Da ist viel Wasser. Danke. Der Schlitzi. Das war's für heute. Da ist ein Schatz. 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 Das brauchen wir noch. Da ist ein Schatz. Sehr schön. So, können wir hier oben irgendwo wieder raus? Ganz ein Weg zurückschwimmen wahrscheinlich. Da ist ein Schatz. 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 Schatz und Gelassenheit. Du klingst, als würdest du etwas vom Theater verstehen. Ich würde nicht sagen, dass ich viel darüber weiß. Ich las einiges von Aristophanes und Euripides. Medea wurde geraubt, weißt du? Ich werde mich mit anderen Hedonisten unterhalten. Das ist wirklich ein guter Name. Oh Gott, will er den rausfinden. Hallo. Ich suche nach dem Schauspieler Tross. Bist du das? Oh, Schauspieler. Das wäre ich gern. Aber meine Freunde meinten, ich müsste an meiner Bühnenpräsenz... Ah, das ist er. Ein weiser Rat. Viel Glück dabei. Hallo. Ich suche nach Tross, dem Schauspieler. Niemand hier benutzt seinen alten Namen. Aber vom Schauspiel verstehe ich etwas. Bring das Publikum zum Lachen, wenn es lachen will. Und zum Weinen, wenn es weinen will. Und wie bringst du das Publikum zum Lachen? Nun, ich würde auf einer Ziegenblase ausrutschen und hinfallen. Das funktioniert immer. Verstehe. Und wenn sie weinen wollen? Ich würde von meiner armen, toten Ziege erzählen. Und wenn das nicht reicht, schneide ich währenddessen eine Zwiebel. Ein alter Theatertrick, weißt du? Selbst wenn du nicht Tross bist, du könntest die Rolle sicher gut spielen. Tritt in Tespes Stück auf. Du schweichest mir. Doch was soll ich meinen Freunden sagen? Wir wollen doch gemeinsam die Göttin Hedoni ehren. Deine Freunde hier verstehen die Lehren der Hedoni bereits. Doch wenn du sie auf der Bühne zum Ausdruck bringst, würden Hunderte eure Botschaft hören. Du bist sehr überzeugend. Gut. Ich tue es, um die Botschaft zu verbreiten. Alle sollen wissen, was Hedoni für sie tun kann. Gut. Tespes erwartet dich am Pelops-Markt in Elis. Okay, die Vorstellung beginnt. Das heißt, wir könnten rein theoretisch mal schauen. Sprich mit Tespes. Er ist da. Wir werden zurück porten. Haben wir den weiten Weg nicht zum Rennen. bei der Brühe. Das war's für heute. Gut. So. Wo sind sie denn? Ich schau mal, ob das Stück jetzt aufführen kann oder nicht. Ich hoffe mal, dass der Hedona dort der Richtige war. Ich schau mal. Kassandra, meine Muse, meine Helferin, jene, die meinen Hintern rettete. Ich brauche noch einmal deine Hilfe. Oh, was ist denn noch? Deine Schauspieler sind hier, Tespis. Das Publikum ist bereit. Welches Problem gibt es jetzt? Leonidas selbst ist das Problem. Stell dir nur vor, ich probte den Monolog, schwang meinen Schild, ermutigte meine Soldaten. Kommt mit eurem Schild zurück! Oder unter ihm. Ich denke, es heißt mit eurem Schild oder auf ihm. Nein, nein, es heißt bestimmt darunter. Aber wie ich nun meinen Schild schwang, fiel er mir auf den Zehen. Und nun kann ich kaum stehen und schon gar nicht auftreten. Eine Schande, dass du das Stück absagen musst nach all der Arbeit, Tespis. Wir sagen es ganz sicher nicht ab. Wir müssten das ganze Geld zurückgeben. Das Stück muss stattfinden. Und mein Leonidas steht genau vor mir. Was? Ich? Ich bin keine Schauspielerin. Und ich bin kein Feldherr. Doch auf der Bühne bin ich es. Du könntest das Andenken dieses großen Mannes zum Leben erwecken. Er würde durch dich wieder leben. Es ist mein Schicksal. Ich spiele Leonidas. Hervorragend. Dann gehen wir kurz deinen Text durch. Den ersten Teil hast du bereits gehört. Kommt mit eurem Schild zurück. Oder unter ihm. Auf. Auf ihm. Der nächste Teil richtet sich an Xerxes. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Wir huldigen den Göttern mit Weih. Ich bin sicher, Leonidas sagte, wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Ich weiß, was ich schrieb. Und schließlich, wenn du den Verräter stellst, sagst du, den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen. Und an den morgigen Tag werden sich Könige erinnern. Und an den morgigen Tag wird sich die ganze Welt erinnern. Leonidas kämpfte für ganz Hellas und seine Freiheit. Nicht nur für Sparta. Ich bin sicher, du schaffst das. Wenn du willst, kannst du mit den anderen Schauspielern üben. Wenn du bereit bist, dritt auf die Bühne. Na klar, los hier. Ich bin bereit. Das Stück kann beginnen. Wir zielen, Bitch. Toll, lächerlich. Willkommen bei unserem Stück der heldenhaften Geschichte von König Leonidas und seinen 300 Spartiaten. Erblickt unseren Leonidas. Wir danken für euer Erscheinen. Vergesst nicht, dass Leonidas nicht nur der König von Sparta war, sondern der Retter aller Griechen. Ich bin die Nekes, Befehlshaber des großen Leonidas. Ich diene ihm treu, bis Hades selbst ihn zu sich holt. Mein Feldherr, mein König. Wir sind in der Unterzahl und wurden in die Enge getrieben. Was können wir tun? Das hört sich an. Was hat der spartanische Feldherr seiner rechten Hand zu sagen? Kommt mit eurem Schild zurück oder auf ihm. Kommt mit eurem Schild zurück oder auf ihm. Ich bin Xerxes, König von Persien. Eure kümmerlichen Götter bedeuten mir nichts. Kniet vor meiner Unsterblichkeit. Spartanische Hund, ich werde euch und euer Volk unter meinen Sandalen zermalmen. Wie wird Leonidas seinem Todfeind Xerxes antworten? Wir huldigen den Göttern mit Blut. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Wir huldigen den Göttern mit ihrem Blut. Ich bin Effialtes, Verbannter und Verräter. Genau. Ich stürze Spartas Armee ins Verderben, indem ich den Persern einen geheimen Paar zeige. Die Spartiaten haben keine Chance. Ich durchkreuzte Ich durchkreuzte deinen Plan, Leonidas. Endlich habe ich deine Ziege. Ha! Der Verräter beleidigt seinen König? Was wird Leonidas erwidern? Den heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen und an den morgigen Tag wird sich die ganze Welt erinnern. Was für ein Auftritt. Genieß die Begeisterung der Menge. Dein Testbeschritt nicht erfreut sein, dass du vom Text abgewichen bist. Mit ihm werde ich schon fertig. Okay, das war jetzt ich gerade beraschend, aber... Ich fasse es nicht. Du hast meinen Text ruiniert. Hast du die Menge nicht gehört? Sie wollten Leonidas wahre Geschichte hören. Ich muss es wissen, er war mein Großvater. Du bleibst ganz in deiner Rolle. Das gefällt mir. Fast hättest du mich reingelegt, du Scherzkeks. Hier, dein Anteil an den Einnahmen. Danke. Vielleicht tauge ich ja doch für die Schauspielerei. Trophäe erhalten. Trophäe erhalten. So, sehr schön. Wieder ein Stück weiter. Oh, hier haben wir wieder so ein komisches Vieh. Unentdeckter Ort. Wir könnten mal hinschauen, was das für ein Level ist. Aber ich denke mal, wir eh noch in diesem Level zielten, der ziemlich hoch sein wird. Schauen wir mal. Vielleicht können wir den irgendwie knacken. Knacken. Das war ein wenig weg. Ja. Oh, ja. Schauen wir mal, was er so viel Level hat. Oh, das 38 lassen wir noch. Den heben wir uns für später auf. Okay, wir müssen ins Tal von Olympia. Was haben wir denn hier alles? Ein Haufen Quests, dann werden wir erstmal dorthin und dann weiter in die Richtung. Okay. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Woah. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Oh, der Weg ist versperrt. Okay, dann komme ich da jetzt hoch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Muss ich jetzt ganz ran schieben? Okay. Okay. Muss ich den Schlang hier aufpassen? noch einer das sind hier denn sind hier wieder das ist fast gar nicht gesehen da ist noch eine schön hier 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 im fallenraum hier ist auch ganz nix ok hier hier irgendwo was übersehen haben hier eine geheime tür oder sowas hier geht der bus wieder runter hier 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 durchgekommen hier kommen wir nicht durch hier hier geht's weiter ok ok da haben wir was übersehen hier geht's bloß wieder zum anfang zurück oder ja hier geht's bloß zum anfang zurück ok wir haben irgendwas übersehen leute wir haben irgendwas übersehen können wir das kaputt machen hier hier können wir das wegbrennen können wir nicht ok da muss oben noch irgendwas sein irgendwo oder ist irgendwo eine wand einzuschlagen hier geht's nicht als ich gesehen nur der weg hier so ok jetzt schauen wir mal schauen wir mal die wände an ja so sind wir in dem raum wo es vorher nicht weiter ging oder da ist der fallenraum wo geht's weiter wo geht's weiter hier ist doch nichts mehr hier ist doch auch nichts mehr hier ist doch auch nichts mehr warte mal hier habe ich ja gar nicht gesehen ok diese blöden schlangen die sind so gut getan teilweise jedes mal denke ich mir komm jetzt schaust du ganz genau dass du die auch siehst und jedes mal schrecke ich mich wieder da sind ganze Schlangenherde dann wo dort wo wird und hier hast du hier vor Was ist das? Alter! Oh, Mann. hierzu oder nicht so hier geht es weiter aber warum ist hier noch irgendwas warum sind die so viele Schlangen gewesen ah hier haben wir den shortcut aber der bringt mir ja nichts mal gucken wie der shortcut aber ich sehe den noch gar nicht ja 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 Irgendwas fehlt mir hier noch. Götter, das brennt! Ah, hier bin ich gekommen. Was bringt mir denn der Shortcut? Gar nichts bis jetzt. Ich kann ja trotzdem nichts machen. Hier ist der Shortcut. Oder ist das jetzt ein anderer Raum? Ne. Ich habe keinen Plan, Leute. Irgendwo habe ich auf jeden Fall was übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Hier sind wir am Anfang jetzt, oder? Hier haben wir gelootet. Alter Schwede, was ist denn los? Aber da drüben ist jetzt nichts, oder? Hier bin ich. Hier bin ich. Und dann müssen wir hier vielleicht die Schalen anmachen, dass sie irgendeinen Weg öffnet. Hier wird doch irgendwie in der Mauer was kaputt geht. Hier wird doch irgendwie in der Mauer was kaputt geht. Ich weiß nicht. Ich krieg' einen Vogel. 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 Ich krieg' eine Mauer. Ich krieg' einen Vogel. Ich krieg' einen Vogel. Ich krieg' einen Vogel. Ich krieg' einen Vogel. Da ist es. Alter Schwede. Und da ist es auch. Ich krieg' einen Schlankhillen hier. Wenn hier welche sind. Da besteht'n Rollstuhl. Sehr schön. Da ist auch schon das Ding. Oh, wir haben's endlich gefunden. Meine Fresse. Ich krieg' einen Vogel. Ich krieg' einen Vogel. Ich krieg' nichts mehr. Alter Schwede. Ich muss echt jede Wand ganz genau anschauen. Helf' dich. So. Und raus hier. Okay, Leute. Sorry, dass es hier zu lange gedauert hat. Aber ich hab' absolut den Weg nicht gefunden. Habt ihr ja gesehen. Gut, Leute. Dann würde ich sagen. Machen wir an der Stelle einen Cut. Es sind doch schon wieder ander Viertelstunden fast. Wenn's euch gefallen, lasst mir doch ruhig ein Follow da. Ich hoffe, dass noch jemand zuguckt überhaupt. Gut. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi. Tschüi. Schüi. komst